Mit dem 1596 geborenen René Descartes begann der neuzeitliche Rationalismus. Descartes studierte Rechtswissenschaften und nahm als Soldat am 30-jährigen Krieg teil. Der Tod seiner fünfjährigen Tochter Francine erschütterte den weitgereisten Denker zutiefst. Daraufhin begann er, sich mit Metaphysik und dem Leben nach dem Tod zu beschäftigen. Descartes wollte für seine Philosophie eine Grundlage, die genauso sicher und universell ist wie die Geometrie. Sein methodischer Zweifel an allem einschließlich der Sinneswahrnehmung und der Gedächtnisleistung führte ihn zu der Erkenntnis, dass er sogar im absoluten Zweifel doch sein eigenes Ich voraussetzen muss. An diesem Seinem Selbstbewusstsein konnte er nicht zweifeln. Das berühmte Cogito Ergo Sumt, zu Deutsch Ich denke, also bin ich, wurde für Descartes der sichere Ausgangspunkt seines Philosophierens. Subjektivität wurde zur Basis allen Denkens und Erkennens. Descartes bemühte sich um einen unumstößlichen Gottesbeweis, wodurch das Subjekt wieder einen Bezug zur Außenwelt erhalten könne. Die Idee Gottes als ein vollkommenes Wesen ist seiner Auffassung nach eine unendliche, vollkommene Idee. Da die endliche, menschliche Seele nicht die Ursache einer unendlichen Idee darstellen könne und auch die Außenwelt keine Vorstellung für sie liefere, dürfte nur Gott allein sie eingepflanzt haben. Folglich müsse Gott tatsächlich existieren. Mit dieser Schlussfolgerung erneuerte Descartes den umstrittenen ontologischen Gottesbeweis. In Descartes' System bildet Gott die unendliche, gestaltende Substanz. Die Seele, das Bewusstsein und das Mentale bezeichnete er als die denkende Substanz, in der wir die angeborenen Ideen erblicken. Die Materie und das Körperliche bilden hingegen die ausgedehnte Substanz. Körper und Seele existieren unabhängig voneinander. Demnach vertrat Descartes eine dualistische Seinslehre. Die Seele verortete er in der Zirbeldrüse. Nur in dieser käme es zur Wechselwirkung zwischen Seele und Körper. Die über die Sinnesorgane eingehende Nervenerregung haben ihren Ausgangspunkt in der Außenwelt. Sie bewirken motorische Erregungen, die dann Bewegungen zufolge haben. Die Frage, wie etwas Unkörperliches etwas Körperliches beeinflussen kann, ließ Descartes jedoch unbeantwortet. Am Körperlichen interessierte den Philosophen, was sich mathematisch beschreiben lässt, also zum Beispiel die Größe, die Gestalt, die Menge und die Lage. Die Bewegung bereitet sich über Druck und Stoß bei unmittelbarer Berührung aus, wobei die erste Bewegung von Gott ausging. Descartes lehnt jede Fernwirkung ab und erklärt sogar den Magnetismus durch Wirbelbewegung schraubenartiger Moleküle. Er nahm an, dass sich die gesamte Himmelsmaterie wie ein Wirbel um die Sonne dreht. Diese Wirbeltheorie des Kosmos kann in unserem Modell spielerisch nachgestellt werden. Sein erfolgreichstes Werk, Abhandlung über die Methode, seine Vernunft gut zu gebrauchen und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen, veröffentlichte er zunächst anonym. Wahrscheinlich begründet sich diese Vorsicht in dem Schicksal Galileo Gallais, der 1633 vor der Inquisition seiner Lehren widerrufen musste. Übrigens geht das kathesische Koordinatensystem auf Descartes als den Begründer der analytischen Geometrie zurück. Übrigens geht das kathesische Koordinatensysteme.